DP Audiobooks präsentiert Eine Entführung und eine ungewollte Hochzeit. Die Regency-Romance-Reihe von Ella Quinn geht aufregend weiter. Lady Charlotte Carpenter ist stark, jung und selbstbewusst. Doch als ihr Schwager sich mit den falschen Leuten anlegt, muss sie für seine Taten büßen und wird entführt. Zum Glück rettet ein junger Gentleman sie aus der misslichen Lage. Als Charlotte jedoch herausfindet, wer ihr zur Hilfe gekommen ist, zieht sie sich augenblicklich von ihm zurück. Constantine, der Marquis of Kenilworth, hat zwar einen Ruf als Frauenheld, ist aber zur rechten Zeit zur Stelle, um die junge Lady Charlotte vor echten Schurken zu retten. Zu seiner Überraschung ist diese allerdings so gar nicht die typische Jungfrau in Not und alles andere als hilflos. Aber die beiden werden in der Entführungsnacht zusammen gesehen und der Skandal ist groß, als auch noch eine Klatschkolumne über die beiden berichtet. Eine Verlobung scheint unumgänglich. Doch was ist, wenn auch noch wahre Liebe ins Spiel kommt? Der Marquis und ich. The Worthingtons, Band 4 von Ella Quinn. DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden möchten. Wir machen Pipi. Los últimos Quellen теперь werden möchten. Wir machen gut. Downs in der willstol7.